Er war einer der bekanntesten Sportredakteure des Landes. Sein Spruch nach einem Fußball-Teamsieg zum damaligen Trainer Josef Hickersberger. Beppi, laus mi aini. Vor der Kabine ist unvergessen. Jetzt ist Reporterlegende Peter Elstner tot. Der 81-Jährige starb Sonntagabend bei einem Badedrama in der Neuen Donau. Peter Elstner drückte gemeinsam mit der anderen ORF-Sportlegende Heinz Brüller die Schulbank. Seit den 70er Jahren berichtete er für den Rundfunk von Sportgroßereignissen aus der ganzen Welt. Darunter viele Fußball-, Welt- und Europameisterschaften, aber auch im Skispringen und die Olympischen Spiele. Legendär ist unter anderem die Szene mit dem wartenden Elstner vor der verschlossenen österreichischen Teamkabine nach dem 3-0-Triumph im entscheidenden WM-Qualifikationsspiel gegen die DDR 1989. Beppi, lass mi aini, rief der ORF-Redakteur. Doch der damalige Trainer Josef Beppi Hickersberger ließ ihn nicht hinein. 2001 ging er in den Ruhestand. Seine ersten journalistischen Gehversuche machte Peter Elstner übrigens in Wien im Kronehaus. Damals noch beim Express, der später mit der Krone zusammengelegt wurde. Danach wurde er zu einem der wichtigsten Sportmoderatoren des Landes. Jetzt das Badedrama um den mittlerweile 81-jährigen Wiener. Peter Elstner wollte sich Sonntagabend in der Neuen Donau im 22. Gemeindebezirk abkühlen. Kurz nach 21 Uhr sprang er von der Badeplattform in die Fluten und tauchte nicht mehr auf. Trotz rascher Taucherbergung konnte ein Notarzt nur mit dem Tod von Peter Elstner feststellen. Sportliche Wegbegleiter und der ORF trauern. Stadion ist Linda, meč in Čecho-Slovakäe. Miet zvabe sanatilich a tapäe.